Sie möchten sich in jedem Meetingraum oder Klassenzimmer mit NFC anmelden? Mit clevertouch und cleverlife.com funktioniert das tadellos. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie es funktioniert. Zuallererst stellen Sie bitte sicher, dass auf dem Clevertouch-Display die neueste Firmware-Version ist. Weiterhin gehen Sie dann auf Cleverlife und beim ersten Starten finden Sie schon das Untermenü von Cleverlife vor. Haben Sie wie in diesem Falle eine laufende Präsentation schon erstellt, so klicken Sie oben links unten rechts, oben links unten rechts und Sie gelangen ebenso in das Untermenü. Jetzt können Sie in die Einstellungen gehen. Stellen Sie sicher, dass die neueste Software-Version von Cleverlife darauf ist, als auch den Clever Launcher hier die neueste Version installiert ist bzw. dass Sie Clever Launcher installieren. Jetzt gehen wir an unser Laptop und richten unter cleverlife.com das generelle Setup ein. Man sieht nun unter Bildschirme alle Connected Devices, in dem Falle das Display und dies kann ich nun unter den Bearbeitungsstift und unter Erweitert entsprechend einstellen. Hier ganz wichtig, der Mehrbenutzermodus muss aktiviert werden, damit man sich nun entweder via Passwort oder NFC einloggen muss. Zusätzlich erforderlich ist auch, dass man einen Standard Launcher hier entsprechend fixiert und einstellt. Unter Schnittstellen und unter Stadtvorrichtung können Sie individuell Ihre Stadtbildschirme gestalten. Das heißt, hier unter dem Bearbeitungsstift und unter Öffnen des Schlosses hier oben können Sie Ihre Lieblingshintergründe, Logos als auch Standardapplikationen, die verwendet werden sollen, einstellen. Durch Abspeichern und durch Schließen des Schlosses ist das Setup abgeschlossen. Jetzt gehen wir noch auf das Haus, um auch die entsprechenden Benutzer zu administrieren. Hier können Sie nun eine Vielzahl von Benutzern anlegen und auch entsprechende Zuweisungen vornehmen. Unter anderem hier kann ich dann einen Launcher zuweisen. Somit hat Lehrer XY immer den entsprechenden Launcher beim Einloggen vor sich. Danach gehen wir wieder an das Display und wenn wir Clever Launcher öffnen, finden wir diese Stadtoberfläche wieder. In dem Sinne, wir haben den Mehrbenutzermodus aktiviert und jetzt muss man sich einloggen. Das heißt, zuallererst, um die NFC-Karten aktivieren zu können, einmal mit dem Admin-User einwählen. Wenn dieser aktiviert ist, so findet man zum einen den Startbildschirm von dem Admin wieder, aber nun zum anderen müssen wir nun wechseln, nochmal in Clever Live und in das entsprechende Untermenü und jetzt findet man in den Einstellungen etwas weiter unten NFC-Benutzerdaten schreiben. Das heißt, wenn der Account auf dem Launcher aktiv ist, so findet man hier nun alle Benutzer, die in dem Clever Live Konto entsprechend sichtbar sind. Nun folgendes Prozedere, zum einen einmal die Karte am besten entsprechend löschen, somit die Karten formatiert sind. Und jetzt kann man ganz einfach an dem User, durch einfaches Anhalten an das NFC, muss man zweimal machen, die Karte beschreiben. Machen wir nun auch bei Clever Touch 1, dranhalten, nochmal dranhalten und beschrieben. Jetzt wechseln wir zurück zum Clever Launcher und jetzt können wir durch einfaches Anhalten der NFC-Karte den User wechseln. Das heißt, hiermit einmal einloggen an jedem Display, oben rechts ausloggen am besten, aber es wäre auch möglich, jetzt mit der anderen Karte wieder einen anderen Launcher aufzurufen und das geht auch direkt das Umschalten der User untereinander. Jetzt sehen wir natürlich auch noch seitlich die Sidebars, um das gewohnte Bild von Clever Touch Android aufzurufen. Auch das lässt sich in Clever Live ganz einfach aktivieren, beziehungsweise deaktivieren oder eben auch hier ist ja unsere Toolbar. Man kann auch noch in den Einstellungen des Displays sagen, dass ich wirklich dem System der Anwendung sage, in dem Falle Clever Launcher, dass der Clever Launcher die Home App immer auf dem Launcher, sprich das ist der Standard Launcher von Android oder dem Clever Launcher stattfinden soll. Das heißt, wenn ich nun auf das Home gehe, so wechselt er automatisch immer zu dem Launcher als Applikation. Viel Erfolg beim Einrichten, bei Fragen steht Ihnen das Team Deutschland gerne zur Verfügung. Vielen Dank! Vielen Dank.